na meiner alles klar wir schreiben den 29 juli 1941 und es wird zeit wilhelmshaven ade zu sagen denn wir haben den neuen heimathafen zugewiesen bekommen la rochelle liegt bekanntlich in frankreich wird den vorteil haben dass wir einfach deutlich kürzere anfahrts oder anmarschrouten anmarschwege zu den üblichen konvoi routen haben und wir sollen ja im weiteren verlauf auch noch an der operation black pit teilnehmen das wird uns die sache natürlich dann auch erheblich erleichtern also leine los kurs gesetzt und wir stechen in sie nach sechs tagen vier stunden auf see haben wir bereits den ersten unangenehmen kontakt es handelt sich um flugzeuge wir gehen direkt auf tiefe einmal alarm tauchen standort ist jetzt aktuell ziemlich genau irgendwo nördlich der britischen inseln wir werden natürlich nicht auf direkten wege nach la rochelle fahren sondern wir sehen schon zu dass wir unterwegs noch ein bisschen was mitnehmen da ist er okay das sieht erst mal ganz gut aus um ehrlich zu sein boot ist hier drüben die lassen sich zeit die kollegen dafür dass das hier dass ich alarmtauchen tauchen angeordnet habe beide maschinen ak also die haben uns auf jeden fall entdeckt da drüben da ist es natürlich äußerst unangenehm das könnte jetzt übrigens auch mein eigener fehler gewesen sein ich habe nicht genau darauf geachtet ich glaube wenn man hier mal hinschaut wir haben ja mittlerweile also das metox gerät jetzt auch verbaut hier oben auf dem turm gut zu erkennen und ich fürchte das war nur gerade sozusagen nicht bemannt also um das zu bedienen braucht man ja immer jemanden am funk gerät und das habe ich möglicherweise übersehen wir gehen erst mal auf tiefe ich denke mal so 70 meter das reicht für den anfang umschalten auf blaues licht und dann schauen wir einfach mal wie sich das entwickelt 80 kein grund zur sorge männer alles bestens okay lassen wir uns mal im boot blicken mittlerweile eine durchaus erfahrene besatzung hier und wir haben übrigens auch den siebten offizier mittlerweile an bord also ich wir hatten ja ich glaube wir haben immer noch zwei ansehens punkte da haben wir uns sowieso schon fast alles freigeschalten einen konnten wir uns ja sowieso sparen dieser also einen erfahrungspunkt oder einen ansehens punkt mussten wir ja gar nicht ausgeben für diesen einen weiteren offizier weil wir das sowieso durch die enigma mission bekommen haben hier könnten wir noch ein bisschen für mehr abwechslung sorgen ich habe wieder ordentlich proviant eingepackt also geld ist ja bekanntlich mittlerweile kein problem mehr oder zumindest für den moment und das wird auch noch eine ganze weile glaube ich so bleiben also das hat sich wirklich gelohnt in der letzten folge hier die bergung also dieser tauchgang zu dem gesunkenen frachter mit dem ganzen gold und den wertsachen und so weiter wir haben auch ordentlich kalium absorber dabei und ich meine dass ich auch zwei besatzungsmitglieder habe die haben wir genau der eisenecker den haben wir jetzt auch mit an bord der hat 30 kalium absorber in der hosentasche ich meine noch einer er hat auch 30 kalium absorber plus die 40 also das immer gut aufgestellt und übrigens das mit den e-maschinen ja das war tatsächlich da habe ich überhaupt nicht dran gedacht dass man dadurch ja also das ist auf jeden fall ein vorteil sagen wir so das habt ihr gut angemerkt und da werden wir sicherlich auch noch auf die nächste stufe gehen so später was denn 6 uhr 5 wir bleiben noch einen kleinen moment getaucht würde ich sagen und dann werden wir uns mal wieder nach oben wagen zumindest mal auf seerohrtiefe ak fahrt müssen wir jetzt auch nicht machen wir stoppen mal und schauen mal vielleicht haben wir direkt glück und hören irgendwas nutzen die gelegenheit quasi zum rundhorchen die besatzung müssen wir auch noch mal durchgehen während dieser feinfahrt da müssten ja mittlerweile auch wieder ein paar punkte zu vergeben sein okay also scheint kein betrieb zu sein hier in der gegend schauen wir mal bei den maschinen kleine fahrt voraus und wir werden uns mal grob in diesen bereich rüber bewegen das hat sich ja durchaus bewährt und wenn sich da nichts tut schauen wir dass welche so richtung bf1 und b3 kommen also da vermute ich mal dass wir auf jeden fall ein bisschen was zu tun bekommen werden wir haben ja sozusagen jetzt sowieso freie fahrt wenn man so will einziger auftrag den wir aktuell haben ist halt nach la rochelle zu kommen und sich dort der flottille anzuschließen gut wir gehen auf seerohrtiefe das heißt abgesehen von unserem auftrag können wir ja eigentlich erstmal tun und lassen was wir wollen wir gehen also einfach selbstständig auf die jagd ach was ich auch noch gemacht habe hier weil wir ja einfach genügend kohle haben ich habe mir hier noch mal so ein gewehr gegönnt zwei glaube ich machen relativ wenig sinn ich habe noch einen slot hier freigelassen metox gerät habe ich bereits erwähnt und in der erforschung befindet sich der schnorchel das dauert allerdings noch eine ganze weile 36 tage ja wenn wir glück haben also könnte sich ausgehen dass der tatsächlich dann nach dieser unternehmung verfügbar sein wird oder ich gehe sogar schwer davon aus weil wir haben ja auch mindestens zwei wochen landgang also das wird auf jeden fall passen fahren wir die mal aus hier 20 meter wir sind noch nicht ganz auf seerohrtiefe und dann schauen wir mal ob die brüder hier noch unterwegs sind okay also wenn hier noch was zu sehen gewesen wäre dann hätten wir glaube ich längst die meldung bekommen auf seerohrtiefe da dürfte alles soweit in ordnung sein okay gut auftauchen könnten wir jetzt noch durch funken hier aber wegen den 124 das lohnt sich eigentlich fast nicht oder ich meine wie gesagt finanzen wir haben jetzt immer noch 36.000 und ich habe wirklich ordentlich eingekauft ihr seht das ja hier noch wie ich habe mir aber also auch die sonartäuschkörper das war auch relativ teuer ich habe so viel gekauft wie ging dasselbe gilt für kaliumabsorber da haben wir ihr seht da selbst einen fünfstelligen betrag ausgegeben der karabiner war auch nicht ganz günstig für 7500 munition natürlich komplett aufgefüllt und auch noch das metox gerät verbauen lassen und vielleicht haben wir ja nochmal glück also das mit dem tauchen das werden wir auf jeden fall noch öfter machen wracktauchen sozusagen ich vermute zwar mal dass das schon unverschämtes glück war da wirklich so viel gold und wertgegenstände und so weiter zu finden aber wer weiß so jetzt sehen wir auch direkt zu dass jemand okay er ist schon im funk raum gut passt kann man so lassen na gut dann sehen wir mal zu ungefähr so ein kurs was haben wir hier eigentlich das vielleicht mal so als anhaltspunkt einfach nehmen könnte man mal einen blick drauf werfen na und hier sieht man jetzt auch schön wie der wert einfach sinkt von den funksprüchen der wird wahrscheinlich auch irgendwann auf null gehen aber wegen dem paar öcken werden wir jetzt nicht hier in der gegend rum funken wenn sie so schnell flieger in der nähe sind hier könnte man vielleicht nochmal rundhorchen das ist glaube ich keine so schlechte idee das machen wir jetzt befehl rundhorchen ist erteilt mit 6 august 41 mittlerweile 8 tage 13 stunden auf see so dann schauen wir mal ob wir hier was zu hören bekommen bilge ist trocken wechseln auf e-motor auf seerohrtiefe richtig was los hier in der zentrale ne also so gefällt mir das cool so sollte das eigentlich standardmäßig sein sehr schön 20 meter so da müssen wir erstmal runter ich glaube standard ist irgendwie 50 oder 60 meter wenn ich das richtig in erinnerung habe wo haben wir es denn 50 meter so der gute Öldorp kriegt auch noch einen Seemann zugewiesen ich habe übrigens den beiden hier jetzt auch immer standardmäßig aktuell zwei Matrosen zugewiesen einfach um Sprit zu sparen solange er am Kartentisch ist das hat auf jeden Fall einen treibstoffsparenden Effekt und sobald er sich wieder an die Motoren begibt an die Dieselmaschinen mit zwei Mann Verstärkung hat das halt auch nochmal ich glaube minus 30 oder so knapp 50 meter gleich erreicht Maschinen sind bereits gestoppt na Öldorp tut sich was ok das kürzen wir einfach ein bisschen ab und weiter im Programm wir müssen dringend mal hier den Dieselkompressor anschmeißen Druckluftreserven sind auf 34% abgesunken umschalten umschalten auf rotes Licht kurz vor halb zwölf das hat im Übrigen ich habe nachgelesen tatsächlich auch dann quasi ein Einfluss auf die Bildschirmhelligkeit wenn man auf rote Beleuchtung umschaltet einfach so ein bisschen um den Effekt zu unterstreichen so Dieselmaschinen schnurren schön vor sich hin da sind schon stattliche Maschinen was wir hier verbaut haben schön da unten mit der Kurbelwelle schon gut gemacht die Ventile na Peters alle schon geschmiert sieht gut aus mit der roten Beleuchtung das hat schon was haben sie so schön gemacht schon absolutes Highlight finde ich das U-Boot an sich wie sie das umgesetzt haben okay lassen wir uns mal oben blicken Funkraum ist besetzt okay passt wunderbar okay jetzt sehen wir zu dass wir ein bisschen Fahrt machen wird tatsächlich hier mal so ganz nah dran gehen kurz mal einen Blick auf dieses Inselchen hier werfen müssten wir gleich zu sehen bekommen zu Befehl ne hier drüben da Posten verlassen nichts zu sehen sind wir doch noch so weit davon entfernt ich meine da wird es nicht wirklich was zu sehen geben da muss man es jetzt hier keine keine Illusionen machen eigentlich sollte man den Landzipfel da gleich schon zu sehen bekommen weiterer Kursverlauf dann einfach mal hier runter würde ich sagen so da kommt auch die Meldung flache Gewässer er ist wieder runtergegangen dann gehen wir nochmal hoch naja sieht mal leider an also nett ist es schon gemacht optisch kann man da wirklich nicht meckern es wäre halt schön wenn es irgendwie noch so ein bisschen mehr zu tun gäbe an Land das mit den Wetterstationen fand ich schon ganz cool aber es würde glaube ich der Abwechslung nicht schaden wenn es nochmal irgendwie so kleine Nebenmissionen hier und da geben würde vielleicht auch welche die man einfach per Zufall entdecken kann die man gar nicht zuerst auf der Karte sieht sondern erst die dann halt quasi erst aufkloppen wenn man irgendwie in die Nähe kommt das hätte schon was wenn ich gerade Krieg wäre könnten wir hier vielleicht mal ein bisschen Lagerfeuer machen oder sowas in der Richtung aber gut dann haben wir das auch mal gesehen Kurs gesetzt und dann gerade mal so ein bisschen den Überblick verschaffen langsam 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 dass wir hier in der Mitte so ungefähr nochmal rundhorchen und dann werden wir hier so rüber schippern und ich glaube es ist tatsächlich ratsam dann direkt hier grob in den Bereich zu gehen ich glaube da stehen die Chancen einfach am höchsten dass wir was vor die Rohre bekommen so aber hier nochmal rundhorchen auf jeden Fall kann nicht schaden da ist ja schon auch in der Regel ein bisschen Betrieb so wir haben immer noch rote Beleuchtung an wir schalten mal um auf blaues Licht jetzt kann man hier auch das Metox besser erkennen ich bin schon relativ froh dass wir das Ding jetzt wieder an Bord haben also ohne ist schon nicht so schön wechseln auf E-Motor auf Seerohrtiefe ja schön gemacht schön gemacht ok dann wie gehabt wir drücken ein bisschen auf die Tube und hören uns mal um Maschinen sind gestoppt so wir können gerade mal die Gelegenheit nutzen schauen wir uns zumindest mal die beiden Funker an gehen wir hier mal rein große Gruppe von Schiffen festgestellt ausgezeichnet so bei ihm ok da ist noch nichts zu holen Öldorp vielleicht Fähigkeiten im Öldorp können wir auf jeden Fall einen Punkt geben ja gutes Gehör oder das soll die ruhig beide haben erfahren am Funkgerät natürlich auch nett aber ich hätte tatsächlich man könnte jetzt natürlich den einen auf das eine spezialisieren und den anderen auf das andere aber ich würde schon schauen dass beide einfach da möglichst gut drin sind geben wir ihm mal gutes Gehör so und dann schauen wir mal hier drüben direkt ach du grüne Neune das ist natürlich schon ein bisschen ungünstig weil hier ist es nicht allzu tief auf Zero Tiefe gehen ok mal schnell eine Markierung setzen hier war der Kontakt beide Maschinen große Fahrt voraus beide Maschinen gehen große na dann schauen wir mal 23,22 ich würde jetzt erst mal noch getaucht bleiben jetzt wäre natürlich der Schnorchel wieder perfekt kannst kaum erwarten dass wir das Ding an Bord haben dermaßen praktisch so äh du solltest auch hier am besten ne Moment er kriegt weiterhin er kommt in die Koje ja bitte in den Hörchraum wir müssten die eigentlich gleich wieder zu hören bekommen denn wir wissen ja noch gar nicht in welche Richtung die sich bewegen ok ja das ist schon mal gut das ist mir deutlich lieber als jetzt ein einlaufender Konvoi einfach weil wir hier mehr Platz haben aber ich denke wir müssen trotzdem wir sollten noch mal auftauchen zwischenzeitlich schauen mal dass wir den Kurs so einigermaßen ermittelt bekommen einfach noch mal Luft schnappen und dann werden wir direkt so einen Kurs hier setzen schauen mal dass wir an den vorbeikommen so in etwa auftauchen über Wasser weiter nochmal die Druckluftreserven auffüllen und dann geht's los ja sehr schön ähm ganz ganz in meinem Sinne muss ich sagen wir hatten ja schon genügend Fahrten wo wir wirklich lange rumgeschippert sind und nichts gefunden haben oder dann halt mal nur so hier und da einen Einzelfahrer wenn wir jetzt direkt hier auf dem Konvoi treffen ist das natürlich eine feine Sache ok bitte jemanden ans äh Funk in den Funkraum dann werden wir hier nochmal auffüllen so mit der Geschwindigkeit hoffe ich doch mal sollten wir auf jeden Fall vor den Konvoi kommen und wenn wir dann hier ungefähr in dem Bereich sind dann werden wir nochmal horchen gehen wir wissen jetzt natürlich auch nicht ob die den Kurs vielleicht nochmal gewechselt haben geändert haben ist natürlich möglich nix zu sehen nix zu sehen mhm ok Druckluftreserven sind auch gleich voll sobald das passiert ist gehen wir nochmal runter aber dann direkt auf Seerohrtiefe naja 95% ich denke das sollte genügen auf Seerohrtiefe gehen einsteigen einsteigen wir nach Turmlook ist zu das ist aber abrupt würde ich mal sagen das könnte man doch ein bisschen eleganter lösen würde ich mal sagen liebe Entwickler ok Dieselkompressor ist auch noch rein den machen wir direkt mal aus ok E-Maschinen laufen beide Maschinen kleine Fahrt voraus Heuchraum besetzen na da haben wir sie sehr gut sehr gut sehr gut ganz nach meinem Geschmack wir sind also jetzt vor dem Geleitzug und können uns hier quasi auf die Lauer legen ich habe jetzt keine Zeitbeschleunigung an die sind relativ zügig unterwegs würde ich mal behaupten so in etwa beide Maschinen halbe Fahrt voraus ist ja Wahnsinn wie schnell die sind Beide Maschinen große so ganz vorsichtig jetzt na gut das ist schon gar nicht so verkehrt das ist natürlich auch noch die gemeldete Position ist aktuell noch ziemlich ungenau kleine Fahrt voraus und jetzt schauen wir mal wie sich das entwickelt sobald wir nah genug dran sind werden auch die Positionen hier ein bisschen genauer dargestellt und dann schauen wir mal dass wir hier was rausknipsen können der alte kriegt nochmal eine Ruhepause Powernap Kommandanten Powernap Georg Wieber darf so lange das Periskop übernehmen wir sind nah dran vielleicht nochmal speichern an der Stelle so okay das ist immer noch relativ ungenau wie machen wir es denn wir drehen uns mal so und dann würde ich sagen stoppen wir einfach erstmal alle Maschinen stopp Kreiselkompass aus Kommandant darf sich weiterhin noch ein bisschen ausruhen Bender darf sich auch ausruhen wir haben ganz wenig Wasser nur in den Abteilen obwohl wir jetzt schon so lange unterwegs sind das heißt das hat wahrscheinlich auch kaum geregnet oder eben die Luke war tatsächlich die ganze Zeit dicht die Ruhe vor dem Sturm 26 bis 59 das ist halt schon stattlich da dürfte eine ganze Menge auf uns zukommen Beide Maschine kleine kleine Fahrt voraus aha okay das dürfte das ist schon das erste Kriegsschiff wahrscheinlich so der vorausfahrende Zerstörer stellt sich natürlich wie üblich die Frage wie viel Geleitschutz haben die bei so einer großen Gruppe Minimum 4 würde ich mal sagen deswegen lassen wir es mal schön ruhig angehen hoffen dass die uns nicht entdecken und dann suchen wir uns unsere Ziele raus beide Maschinen Stopp was haben wir denn hier für eine Distanz wenn er jetzt hier vorbeischippert scheiße da kommt direkt das nächste Kriegsschiff hinterher bisschen zurücksetzen Kleinfahrt zurück und noch ein Kriegsschiff was ist denn da los sag mal ist das jetzt hier sind das jetzt hier nur Kriegsschiffe bestätigt dann irgendwo hier in dem Bereich da haben wir sie schon Rauch fahren Rauch fahren Rauch fahren und da hinten auch nochmal eine ganze Menge davon da ist ordentlich Betrieb und bislang vier Kriegsschiffe die alle auf einem Haufen sind das ist doch auch nicht ganz normal der Geleitschutz verteilt sich ja normalerweise um den Konvoi das wird doch hier jetzt der wird doch jetzt nicht komplett aus Kriegsschiffen bestehen dieser Konvoi das wäre ja und vor allem nicht ein auslaufender Konvoi der nur aus Kriegsschiffen besteht kann ich mir irgendwie nicht vorstellen beim besten Willen nicht aber schaut mal wie viel da los ist seht ihr die ganzen Rauch fahren das ist doch auch eine Korvette oder aber da haben wir zumindest mal einen Frachter das sieht zumindest auf den ersten Blick so aus haben die so einen krassen Geleitschutz na gut das heißt da 26 bis 59 in der Range also in dem Bereich kann ja alles mögliche sein also wenn das wirklich um die 60 Schiffe sind da haben wir doch auch einen Frachter oder oder ist das ein Träger das sieht aus wie ein Träger ich glaube das ist ein Träger oi 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 ich weiß noch nicht ob mir das gut gefällt oder wir schauen mal wir sehen zu dass wir so ein bisschen ein bisschen Abstand lassen hier beide Maschinen Stopp nochmal speichern das könnte uns eine ganze Weile beschäftigen hier die Nummer bisschen mehr Sichtweite wäre gut so verdammt 12% okay aber er ist jetzt auch ein bisschen unausgeschlafen der Herr Weber deswegen wir wechseln hier mal durch er darf so lange nochmal an den Kartentisch gehen und Periskop wird Chefsache ja ich glaube einfach dass die wirklich eine richtig stattliche Außensicherung haben hier drüben war gerade schon der erste Frachter auch in Sichtweite Kapitän na gut okay schön Ruhe an Bord halten kleine Fahrt voraus hoffen wir mal dass die hier einfach weiter schippern und dann können wir hoffentlich irgendwie so eine Position einnehmen dass wir auf die auf die Frachter gehen können bisschen mehr Sichtweite wäre wirklich gut okay noch ein Zerstörer beziehungsweise irgendein Kriegsschiff scheiße sind die alle auf einer Seite oder sieht das auf der anderen Seite genauso aus ist halt jetzt die Frage sonst könnte man versuchen auf die andere Seite zu kommen weil hier jetzt durchzuballern nicht gut wir stoppen nochmal wir hoffen nochmal einen kurzen Blick drauf und dann würde ich glaube ich auch das Seeruhr erstmal einfahren und dann lassen wir die erstmal ein bisschen Fahrt machen kann man vielleicht hier schon ein bisschen mehr erkennen Moment mal okay ja was sehen wir denn hier Corvette würde ich sagen und dann haben wir hier hätten wir hier gleich das erste kapitale Ziel aber den können wir auch noch nicht können wir den schon aufnehmen quasi einrasten okay Moment also auf den sollten wir schon rechnen können Datenerfassung läuft was haben wir dahinter so da kann man so ein bisschen was erkennen auch ein relativ dicker Brocken da haben wir was kleines ist das ein ne Tanker kann das nicht sein die haben in der Regel den Maschinenraum nicht mit Schiffs da ist der Träger ach du Scheiße aber das wäre natürlich auch ein wirklich veritables Ziel das Miese ist natürlich sobald die uns entdecken werden die Flugzeuge aufsteigen und dann aber gar keine Chance mehr müssen wir uns gut überlegen also scheint mir tatsächlich ich kann mir gut vorstellen dass es schaut mal das hört gar nicht auf ein riesen Konvoi Zerstörer das ist ja auch ein richtig fettes Gerät ist das überhaupt ein Zerstörer oder ist das ein Kreuzer naja ne das muss schon ein Zerstörer sein das könnte tatsächlich der größte Konvoi sein bislang aber halt auch verdammt gut gesichert was machen wir denn da was machen wir denn da achso ich wollte ja Zero eigentlich einfahren so und dann dürften die uns ja nicht bemerken solange wir oh die Luft die Luft die Luft die Luft ach du scheiße müssen wir ein bisschen krach machen das ist alles nichts hier Öldrop am liebsten würde ich das ja durchfunken in der Hoffnung dass der BDU hier ein bisschen Verstärkung hinschickt packen wir mal rein wir haben genug dabei lassen das Ding einmal laufen ich ich fürchte wir werden aber zwischenzeitlich nochmal hoch müssen. Da werden wir gar nicht drum rum kommen. Bisschen Luft schnappen. Das geht ja gar nicht mehr hoch. Na? Bringt nichts. Warum nicht? Besatzung minus 47. Ich müsste ein paar Leute schlafen legen, oder? Scheiße, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Jetzt ist guter Rad heuer. Erstmal... Nichts. Ich würde den tatsächlich vorbeiziehen lassen. Und vielleicht mal versuchen, dass wir auf die andere Seite kommen. Beide Maschinen langsame Fahrt zurück. Und dann müssen wir nochmal Luft schnappen. Das hilft ja alles nichts. So, ein bisschen Abstand gewinnen. Dann einfach mal nur vorfluten, also nur den Turm rausstrecken, zum Durchlüften. Und vielleicht haben wir auf der anderen Seite einfach ein bisschen mehr Glück, dass wir da ein bisschen was aufs Korn nehmen können. Weil jetzt also aus der Position heraus vier Kriegsschiffe hier in unmittelbarer Umgebung plus den Träger darf man auch nicht vergessen. Das ist mir alles ein bisschen zu heikel hier. 16 Prozent. Oh, wenn wir jetzt schon den Schnorchel leerten, ne? Und es ist halt auch noch helllichter Tag draußen. Alles insgesamt unbefriedigend. Aber okay, die werden uns ja nicht davonfahren. Da habe ich jetzt keine Bedenken. Luftqualität sind wir noch bei 13 Prozent. Schauen wir, dass wir mal zumindest bis zu dem äußersten hier... Was haben wir denn hier? Knapp fünf Kilometer. Müssen wir noch ein bisschen weiter zurücksetzen, würde ich sagen. Aber, ihr wisst es. Das soll es für heute gewesen sein, wie sich das entwickelt. Und ich denke, das könnte hier alles noch ziemlich interessant werden. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also direkt morgen um 12. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.